Und jetzt haben wir fast das Ziel erreicht. Wenn das TKN online geht, kriegt ihr euren Planeten wieder. Also die Beleuchtung in dem Raum ist auch nicht so knorkelnd, ne? Haben wohl die Softboxen gefehlt? Tun Sie mir diesen letzten Gefallen. Betreten Sie den Turm. Alles, Roger? Ihr guckt nicht so blöd. Vögeln können wir nachher. Ja, anscheinend tot. Frau Faulchen. Endlich, Commander. Der Tag der Entscheidung. Es wird Zeit, den Scrinturm zu aktivieren. Aber dazu müssen wir unseren Freunden von der GDI die Kontrolle des TKNs entreißen. Sobald wir das Netzwerk synchronisiert haben, ist unsere Himmelfahrt nur noch eine Frage der Zeit. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Laut unserer Information verlegt die GDI derzeit neue experimentelle Fahrzeuge in diese Region. Mir wissen wir leider nicht. Commander, das ist Keynes letzter Schachzug. Wir dürfen nicht scheitern. Ei, ei. Ja, das ist die letzte Mission. Bitte? Ja, das ist die letzte Mission. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Gut. Bist du alles am Stück hoch? Ja, natürlich. Das schneidest du nicht. So ein Gänsefüchchen. Das Ende aller Dinge. Ich dachte, da sieht es ein bisschen anders aus. Wir dürfen jetzt wieder normal sein. Ja, wir dürfen. Hippi! Wir sind hier. Wir müssen jetzt verteidigen oder wie ist das? Stationieren erfolgreich, Commander. 60 haben wir. Neues Einsatzziel erhalten. Übernehmen Sie die Kontrolle über das TKN. Die letzte Schlacht steht mir vor. Rot, rot. Wer ist das? Unterstützungs-Mbf. Gibt es mal Unterstützungs-Mbf? Sie können uns nicht mehr aufhalten. Welche Mutter schwanger? Ich habe dich nicht verstanden. Ich suche erst mal Dinge zu sammeln. Ich kann daher nur hoffen, dass sie sich zu ihren Versprechungen bekennt. Wir brauchen Teile, ne? Ja, du. Ich schlage vor, hier bleiben wir. Ja. Feindlicher Crawler geoutet. Ich versuche jetzt schon mal ein bisschen weiter vorzukommen. Crawler. Crawler. Es ist eigentlich dämlich, das schon zu bauen. Ich wollte ja... Ach, hast du schon. Na schön. Ja, ich habe jetzt eine, das nicht zu verstanden. So, Vertiko, Dingens, Vertiko, Dingens, Vertiko, Dingens, Dingens, Dingens. Einer noch. Ach, ja. So, was habe ich denn hier noch den ganzen Müll? Was ist das hier jetzt eigentlich? Tarnkappenmodell? Tarnmodus? Obelisk geht, der ist lebens. Geht es an Platzieren und der heilt in die ganze Zeit aus? Feindlicher Crawler geoutet. Oh, sehr niedlich. Aber auch okay, der verstöhnt nicht. Wir sind hier mitten im Gefächt. Okay, ich verstehe. Die drei Dinger kaputt machen. Was ist das jetzt für Musik? Feindeinheiten gesichtet. So, machst du alles durch Stealth-Einheit nach? So. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, ey. Wie geht's? Wie es mir geht? Super. Danke, der Nachfrage. Was immer Sie sagen. So, warte mal. So, sowas mag ich hier gar nicht. Feindliches Kommando geoutet. Das kann man gleich abschießen. Schön, dass die Vertikus das nicht können. Was könnt denn ihr? Ihr könnt bestimmt nur den Bodenleinheit angreifen, ne? Und wählt das nicht richtig. Warte mal. Greif mal sowas an. Okay. Okay. Ich merke schon, keine Vertikus bauen. Keine Vertikus bauen. Okay. Achso. Haben Sie schon genug? Ja. Bitte alle da drauf. Ach, du expandierst schon nach ganz rechts unten, oder wie? Ich hab grad gesehen, da ist keiner. Ich hab grad gesehen, da ist keiner. Ich hab keine Ahnung, dass es mich nur noch nicht zu zerstören. Feindlicher Crawler geoutet. Na okay, mach das. Das geht nämlich da ganz links ab. Ist auch gar nichts. Ist auch gar nichts. Ist auch gar nichts. Kommando geoutet. Eine Einheit hat da oben. Das war aber. Dort oben. Warte, das kann ich ja nicht. Stolben. Ah, da ist ja jemand. Den darf ich jetzt ja nicht lehnen lassen. Oh. Gehört der Knoten her zu uns? Ja, ne? So. Ach ja, ich hab keine Bonne einhert, und dann kann ich das auch nicht nutzen. Okay, ich verstehe schon. Darauf habe ich gewartet. Ach nee, ey, das klang jetzt eben schon wie Hitler. So. Darauf hast du gewartet. Ja, das klang eben wirklich so ein bisschen. A little bit wie. Hier. What only a little bit? Yes. See. Of course. Eine Einheit wird angekriegt. Ja, ja, wir haben das glaubzuhren. TKN Synchronisierung bei 50%. Gut, weiter so. Feindliches Kommando geoutet. Oder ich sollte ja auch darauf gehen. Trotz meiner Bemühungen hat sich das Militär inzwischen meiner Kontrolle entzogen. Sie müssen allein... Ja, ja, nicht immer noch, wer die Frau ist. Das ist irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine Frau, die da irgendwo, ich, weiß nicht, jetzt hochgepappt, weißt du? Der Feind hat einen Crawler verloren. Okay. Sehr gut, die Einheit wird angegriffen. Das ist very, very nice. Das ist not very, very nice. Ich will die Scheiße. Sie könnte jetzt mir. Er gehört mir. Wer gehört dir? Feindlicher Crawler, so ein Ding von den Gegnern habe ich gerade eingenommen. Obwohl es nicht kaputt war. Weil ich in dir ist auch noch hier, den ich hier habe. Mammutpanzer. Ja, der könnte von mir. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber er gehört mir. Eine Einheit wird angegriffen. Deswegen werde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Mamm, sei froh. Nein. Jetzt komme ich nicht mehr froh, wenn du das sagst. Was ist denn das jetzt her? Keule. Feindeinheiten gesichtet. Der ist erledigt. Nein, einer wurde runtergold. Wollen Sie es auf die harte Tor? Doch, gerne. Die Teile des TKN sind schon synchronisiert. Machen Sie weiter. Ein Schuss GDI-Typ habe ich jetzt auch mal endlich weg. Sie wollen die Kontrolle über diese Netzwerke, also nur über meine Leiche. Ja, ich weiß. Aber gleich kommt noch einer wieder. Fühlt sich ganz so ein bisschen an. Hast du uns noch jemanden was zu sagen? Man fühlt sich wie was? So anders habe ich hier alles hineinnehmen. Hey. Erschieß den Kau. War auch mal eine Sache, ja? Feindeinheiten gesichtet. Feindlicher Crawler geortet. Das könnte ich übernehmen. Auf den komme ich mal zurück. Oh, jetzt kannst du mir bitte schnell helfen. Ah, das sind wir. Ah, ja, warte ich. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Leicht. Das habe ich jetzt nicht gehört. Hm. Ah, es ist aber so. Warte mal, so, komme. Nur noch wenige Augenblicke und das TKN ist synchronisiert. Festhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Was hab ich denn getan? Ich kann nicht, ich werde nicht zulassen, dass ich das System aktivieren. Der Feind hat einen Crawler verloren. Der Feind hat einen Crawler verloren. Nein, mach du. Das ist so recht. Dass sie es schaffen, wusste ich. Sollten. Das TKN ist synchronisiert. Das Portal öffnet sich in wenigen Minuten. Und wo ist jetzt der Haken? Das ist vollbracht. That's too easy. Ich habe mich vorhin, wo wir es geschafft haben. Hast du das tun? Der Richt zur Folge ist eine schwere Einheit der GDI im Anflug. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist massiv. Äh, immerhin wehst du eine positive Nachricht, dass es doch nicht zu Ende ist. Der Feind hat einen Crawler verloren. Ich habe mich gefreut. Hm? Setz mal ein M davor. Unser Verwündete hat seinen Crawler verloren. Am Rande der Niederlage steht die GDI noch mal im Weg. Ich habe es an was zu stören. Jetzt sollen wir. Nein, wir sehen Sie diese Störung. Gott. Ich habe natürlich auch keine Einheiten, die wieder da schön spezialisiert sind. Dann haben wir eine Drehung gemacht, oder so? Ich... Äh... Habe ich mal einen Bildschirm irgendwie gedreht? Also... Also... Ich habe hier irgendeine Taste gedreht. Ich bin... Wenig konfust. Welche Rechtslenke lenke ich nach links? Welche nach links? Äh... Ich bin... Ich bin mit Slack Joe. So... Ne, Cobra will ich gar nicht haben. Ich will Venom. No, 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 no. So... Und mal gucken, was habe ich denn hier noch für schwimmende Einheiten, die ich nicht gerade brauche? Äh, komm. Oh, ich habe ich noch nie gebraucht. Wie geht es dem Markus oder Arcus? Sag mal, setzt er sich immer wieder hin, oder so? Keine Ahnung, der legt halt Bomben und... ...schorten. Den hat gut gehen, den... Ich brauche ihn nur noch an... Äh... Ah, der hat sich jetzt mal auf der Mammut-Panzer drauf gesetzt. So. Dann... Na, komm, den nächsten will ich noch haben. Irgendwas ist gut gegen den. Ich habe gerade irgendwas gehabt, was gut gegen den hat. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloben. Einer verloren, das klingt aber auch nicht so schön. Dann haben gestartet. Sieht sicher aus. Ich werde den Feind demobieren. Ich weiß zur Hölle nicht, was habe ich... Wie habe ich denn das jetzt... Au. Ich habe doch... Ich... Das war vorhin... Spiegelverkehrt ist das jetzt im Moment. Sie haben sich... Ich habe sich das mit Absicht sogar noch... Naja, gut. Vielleicht... Hast du ein Num-Pad? Ja. Mal vier oder sechs. Haben eine Einheit verloren. Danke. Äh... Ja, gut. Nee. So viel hat das jetzt auch nicht geändert. Weil wenn ich... Wenn ich mit der Maus nach rechts machen zum Bildschirm, um halt nach rechts zu kommen... Macht der auf der Karte nach links? Hä? Jetzt bin ich gerade... Ja, das ist ein... Das guck mal unten links. Das ist eine Mini-Web. Das ist so ein... Ähm... Trapez, wenn man das... Ja. Ja. Das kleine Ende muss oben sein... Und das große Ende muss... Nee. Das kleine Ende muss unten sein. Das große Ende muss oben sein. Lassen wir das einfach. Also jetzt ist es irgendwie wieder halb normal, aber auch nur halb. Ja, ne. Ich gucke. Ich bin gerade selbst ein bisschen. Aber gut. Da oben verteilt. Da oben verteilt. Er zerschießt ja die ganze Zeit meiner Meinung zurück. Ja gut, das kann ich auch machen. Der Crawler wird angegriffen. Mein Crawler wird angegriffen. Äh, finde ich jetzt nicht so nett. Naja, gut. Wie viel Leben hat er noch? 56. Naja. Oh, der hat... ...Degner noch geholt. Ach schön, dass er den auch angreifen kann. Wäre schön, wenn ein Ingenieur von dir wissen... ...meinen Avatar heilen könnte. Ah. Er hat einen Arm verloren. So, warte. Ich bin im Moment... Bitte. Er darf nicht nach oben. Er darf nicht nach oben. Haben eine Einheit verloren. Ich hab gefunden, was ich gegen den...